Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zu How To Steh Richtig. Ihr kennt die kleine Videoreihe, in der ich Kollegen, Teammitglieder vorstelle, die entsprechend ihres Panzers, der Karte und des Matchmakings sich nicht wirklich super optimal hinstellen. Und ich versuche dann einfach immer zu zeigen, wie man es denn besser machen kann. Wenn ihr zu diesem Thema Replays habt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung, dort findet ihr meine E-Mail-Adresse, wo ihr dann einfach die Replays am besten mit ein, zwei Sätzen hinschicken könnt. Und heute sind wir auf Pilzen, es ist eine Runde von mir selbst gespielt, schon ein paar Wochen älter im Aril. Und wir sind hier in dem 6er TD Low Tier gegen 8er und der Kandidat, um den es heute geht, ist hier dieser TS-5. Ein Tier 8 Premium Jagdpanzer, er ist hier Top Tier mit insgesamt 4 Achtern auf jeder Seite. Und wer den TS-5 ein bisschen kennt, der wird wissen, ja, es ist ein Jagdpanzer ohne drehbaren Turm. Es ist ein Jagdpanzer mit einer extrem guten Panzerung, mit einer extrem guten DPM und nicht unbedingt der präzisesten Kanone. Das heißt also, wir wollen ran an den Feind und vor allen Dingen wollen wir unsere Panzerung einsetzen. Naja, und wir sehen, wo er sich positioniert hat. Die Runde wird sehr klar von unserem Team gewonnen. Er wird sich im Verlauf des Gefechtes nicht bemühen, hier auf der Nulllinie das Gefecht anzuführen. Er wird hier einfach rumstehen und warten, dass irgendwie was aufgeht. Und nach meiner Auffassung nach ist das absolut keine optimale Spielweise für den TS-5. Wie kann man es denn jetzt besser machen? Nun, wenn man schon mit diesem Pseudo-Heavy-TD hier auf Pilzen, auf die Nullerlinie fährt, dann sollte man versuchen, nicht als letzter hinten auf der Red Line zu stehen und hoffen, dass irgendwas gespottet wird. Sondern kann man schon auch in der Hoffnung natürlich, das muss man dann vom Gefühl her auch sehen, ob die anderen auch mitfahren. Aber man sollte schon versuchen, hier den Angriff auch anzuführen, beziehungsweise mitzuführen, also vorwärts zu fahren und nicht einfach nur hinten rumstehen. Was wären denn effektive Alternativen? Und da gucken wir mal auf die andere Seite der Karte. Denn auch das, was wir hier oben an TD-Positionen sehen, bin ich nicht davon überzeugt, dass das die richtige Position für den TS-5 ist. Das Ganze geht, wenn man es ein bisschen alternativer haben will, hier in diesem Bereich los. Von hier aus nach darüber, wenn man die Unterwanne präsentieren will, dann gerne auch an dieser Ecke darüber. Aber ich finde diesen Schutthaufen da schon recht attraktiv. Alternativ das Ganze dann von diesem Tor aus Richtung darüber zu dem Tor oder von diesem Tor aus da in das Tor rein. Muss man natürlich kaputt schießen und schauen, dass da entsprechend auch Gegner auftauchen. Wenn man im Verlauf der Runde merkt, da ist niemand, kann man auch hier durchaus aggressiv das mit der Mops-Geschwindigkeit des TS-5 das Flankenmanöver hier rein starten oder noch aggressiver das Flankenmanöver dann hier in diesem Bereich. Das ist so ein bisschen der alternative Weg. Wo sehe ich ihn denn am ehesten? Er könnte hier an diesem Schutthaufen wunderbar seine Unterwanne verstecken. Das ist der Weak-Spot. Er hat noch eine Kommandantenkuppel, aber die muss man natürlich erstmal treffen. Und dann kann man entweder darüber reinwirken, wenn der Gegner auftaucht, oder längs halt hier die Straße runter. Man kann natürlich sich auch hier auf diese Position stellen und das gleiche darunter machen und im Verlauf dann entsprechend darauf reagieren, was denn hier passiert. Und hier entsprechend in diese Gebiete dann reinfahren und dynamisch aufs Spielgeschehen reagieren. Eine Alternative wäre dann natürlich hier in diese Halle reinzufahren. Hier gibt es verschiedene Optionen. Wir haben hier diesen Schutthaufen, um darüber zu wirken. Oder wenn man von hier hinten reinfährt, haben wir dann den Schutthaufen, um quasi darüber oder dort reinzuwirken. Hier auch hier kann man wunderbar die Schwachstelle, die größere Schwachstelle des TS5 verstecken. Und kann einerseits die gute DPM, die etwas mäßige Genauigkeit und die hohe DPM einfach arbeiten lassen. Und kann dann auch entsprechend, je nachdem wie es dann hier weiterläuft, pushen oder halt defensiver spielen. Alles ist besser, als das, was der Kollege hinten jetzt auf H0 macht und da einfach nur mitfährt. Ich hoffe, das war eine kurze, aber doch sehr eindrückliche und gute Hilfestellung, wie man sich in so einem Front-TD hier auf Pilzen hinstellen kann. Das Ganze funktioniert natürlich auch in den ähnlichen Positionen von der anderen Seite aus. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ergänzt dort meine Ausführungen, da freue ich mich sehr drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Abonniert meinen YouTube-Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt G, Mornefin, Kulle, Kürtano, Karbein, Heimdall, Rico, Rohrblitz und JanVG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Und wir sehen uns dann wieder.